Hallo? Eva, fast hätte ich's vergessen. Heute Abend kommt Dr. Ott zu uns. Was bieten wir an? Dr. Ott? Sicher ein Weinbrand. Weinbrand prima, aber nicht irgendein. Du, so riesig werden die Unterschiede nicht zahlen. Riesig nicht, aber fein. Mh, Chantree. Am Geschmack erkannt. Keine Kunst, so weich und rund. Mein Lieblingsweinbrand. Der weiche Chantree. Man genießt dem feinen Unterschied.